Es bringt uns Nils Heinrich, Twitternde Mädchen heißt sein Song. Es lief voll in mich rein, Twitternde Mädchen auf'n Gehweg, Twitternde Mädchen im Gegenverkehr. Die Welt ist voll mit twitternden Mädchen und es werden immer mehr. Sie gucken nach unten, Kollisionen passieren, eine Schneise der Verwüstung bleibt zurück. Immer mehr Menschen kippen einfach um zwischen München und Quakenbrück. Sauschnelle Daumen, Morsen auf Glas rum, ich hab das auch mal probiert. Doch ich bin dabei so langsam, da es immer mein Akku abschmiert. Noch während ich tweete, ist Twittern veraltet, ich glaub ich bin vollkommen raus. Und darum probier ich den heißen Scheiß namens WhatsApp gar nicht erst aus. Whatsappende Mädchen auf'm Fahrrad, freihändig mit Kopfhörern auf. Kopfhörer groß wie Tupperdosen, Whatsapp Mädchen passt doch auf. Millionen Tote auf'm Radweg hatten keinen Helm auf'm Kopf. Die Helmträger landen in der Notaufnahme und da twittert der Tropf. Schon meldet sich einer. Ey, hallo, geht's noch? Nur Frauen twittern, das ist voll Klischee. Wenn Männer beständig ihr Samsung befummeln, dann ist das für dich doofen Assen okay? Nein, ist es nicht. Doch ich hab große Angst vor diesen neuen jungen Müttern. Das Kind sitzt kopfüber im Bugaboo und die Mutti googelt nach Füttern. Man erzählt sich schon vom Flugpassagieren, die aussteigen und schrecklich frieren. Sie wollten nach Kreta, jetzt stehen sie in Minsk oder in der City von Schelyabinsk. Diese Geisterflüge werden uns verschwiegen, weil viele ja sonst nicht mehr fliegen. Das Problem, liebe Leute, sitzt ganz vorm drin. Es ist die twitternde Pilotin. Twitternde Pilotin landet auf'm LKW. Twitternder Zahnarzt, aua, du tust mir weh. Twitternder Lehrer, pass doch mal auf im Unterricht. Twitternder Priester, folgt der Beichte nicht. Twitternder Bankräuber, sind's der Polizei. Twitternder Lokführer, fährt an Wolfsburg vorbei. Twitternde Putzfrau, du trinkst grad, sag Rotan. Twitternder Feuerwehrmann, dein Schlauch brennt an. Twitternder, Twitternder Billiardspieler, hast keine Kugeln mehr. Twitternder Papst, nimm die Hände vom Gerät. Eins geht nur, Twittern oder Gebet. Twitternder Metzger, der mit Wurst auf's Handy tippt. Ist das dein Finger, der im Wurstbrei wippt? Twitternder Bestatter, wen stößt du da ins Loch, hör auf zu twittern. Ey, der Mann lebt doch noch. Lalalalalalalalalalalalalalalala. Zwitternde Mädchen von Nils Heinrich